Ich war kürzlich zu Gast in der Gaststätte Ziegelhof, die traditionelle gutbürgerliche Küche anbietet. Das Restaurant in Konstanz am Bodensee, Gaststätte Ziegelhof, badisch-gutbürgerliches Restaurant in Konstanz und davon handelt dieses Video. Und damit Halli, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es war kurz vor Weihnachten, als ich hier essen war. Das ist der Eingangsbereich. Das ist die Terrasse, von der wir später noch hören werden. Und es war sehr laut und sehr voll und ich konnte auch nicht besonders viel filmen oder aufnehmen. Trotzdem möchte ich ein paar Eindrücke, die ich für mich gewonnen habe, euch hier dalassen. Und wie immer schauen wir uns zunächst mal die Webseite des Restaurants an. Herzlich willkommen in unserem Ziegelhof, das badisch-gutbürgerliche Restaurant in Konstanz. Wir freuen Sie sehr, in unserem Ziegelhof zu begrüßen. Das Restaurant und Gasthaus Ziegelhof hat als Gaststätte eine alte Tradition. Als im Juni 1928 die ehemalige Ziegelei Egmont am Gottmannsplatz in Konstanz-West-Petershausen abgerissen wurde, blieb lediglich die ehemalige Kantine der Ziegelei der Ziegelhof stehen. Auch die ursprünglich zum Ziegelhof dazugehörende Kegelbahn und der Veranstaltungssaal, die noch viele Konstanzer erinnern, sind dem, den Ziegelhof umgebenden, neuen Wohn- und Geschäftsumfeld gewichen. 15 Jahre lang führte Joachim Kretzmeier die Gaststätte in einem gut vorbereiteten Wechsel, führt nun seit 2023 Zoran und seine Frau den Ziegelhof. Unsere Gäste schätzen am Ziegelhof ganz besonders auch unser freundliches und aufmerksames Serviceteam. Wir freuen uns sehr darauf, Sie demnächst im Ziegelhof begrüßen zu dürfen, euer Ziegelhof-Team. So, es gibt einen Lunch-Club, das ist das Mittagstisch-Lunch-Angebot. Wöchentlich neu kreierte Mittagessenskarten mit abwechslungsreichen Menüs für 12,90 Euro, immer mit Suppe oder Salat. Die Mittagsmenüs dürft ihr euch selber auschecken. Da geht es heute nicht drum, heute geht es eher um die Standard-Abendkarte. Außerdem bietet das Ziegelhof-Team eine Event-Location an. Ob private Feier oder auch die Hochzeit in Konstanz mit unserer gutbürgerlichen Küche und aufmerksamem Service, genießen Sie mit Ihren Gästen einen besonderen Tag. Jetzt rechtzeitig Wunschtermin sichern, schreiben Sie uns direkt an. Hier sind übrigens einige Rechtschreibfehler drin, das aber nur so by the way. Da kann man auch drüber hinweglesen. Donnerstags ist Ruhetag. An allen anderen Tagen ist der Ziegelhof von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet. Hier ein kurzer Spoiler zum Thema Lunchclub. Wechselnde Gerichte zum Mittagessen. Da gibt es diese Woche putengeschnetzeltes, deftiger Hirschgulasch und ein Duo Schweine- und Rinderfilet in feiner Zwiebel-Rotweinsauce mit Kroketten. Das sieht gut aus, dieses Cordon Bleu hier. Deutsche, gutbürgerliche, badische Küche mit regionalen, saisonalen Zutaten. Die Küche ist ebenfalls traditionell, deutsch, badisch, regional, reichlich und kräftig bemessen, gut bürgerlich. Unsere Steaks in drei Größen für jeden Hunger passend, sind bei unseren Gästen sehr begehrt. Bekannt ist der Ziegelhof auch für seine geschnetzelte badische Leberle vom Rind mit knusprigen Bratkartoffeln. Regionale Produkte und passend zur Jahreszeit erweiterte Speisekarten gehören zur kulinarischen Palette unseres Hauses. Fastnachtkarte, Spargelkarte oder heuer die EM-Karte mit Public Viewing für den Fußballsommer gehören ebenfalls dazu, wie etwa die Haxenspezialitäten zur Wiesnzeit. Wir haben heuer zwar keine EM, aber gut, sollte man vielleicht auch mal überarbeiten. Den Sommer im Biergarten genießen, rustikales Ambiente mit Fachwerk-Raumteilern, außerdem ein Biergarten, der bis zu 80 Gästen Platz bietet. Hier kann man unter alten Kastanien, die angenehmen Schatten spenden, auch an sehr heißen Tagen lange draußen bleiben und ausgewählte Biere von den Brauereien Fürstenberg, Brombacher und Meisels genießen. Die Biergarten scheint auch nicht ganz aktuell zu sein, da kommen wir noch dazu. Dann gibt es hier noch Digestiefe, das sind Verdauungsschnäpse, Spezialität, ganz spezielle Sachen aus der Region, direkt zur Getränkekarte. Dann gibt es Free WiFi, kostenlos im Ziegelhof, auch für Kinder gibt es bei uns was. Kinder sind hier anscheinend gern gesehen mit Spielmöglichkeiten drinnen und draußen. Außerdem wird hier auf die Barrierefreiheit hingewiesen, sowie auf das behindertengerechte WC. Hier nochmal die Öffnungszeiten und wir stellen schon fest, das ist eine ziemlich umfangreiche Karte und wir arbeiten uns da langsam durch. Bildergalerie, Service, Kontakt, ich glaube das sparen wir uns. Veranstaltungsräume, wie schon erwähnt, kann man hier seine Veranstaltung durchführen. Dann gibt es hier die Getränkekarte, da interessiert mich vor allem das Bier und da haben die ganz hervorragendes Bier, meiner Meinung nach das beste Bier Deutschlands. Ich habe noch kein besseres gefunden, das Waldhausbier in verschiedenen Variationen. Ich hatte einen Hefeweizen getrunken, beziehungsweise sogar zwei, ich glaube das war hier das Waldhaus Schwarzwaldweiße, das Ziegelhof Hausbier. Dann gibt es aber auch von Meisels noch Bier. Waldhaus ist wirklich eine super Sache und entweder haben die jetzt kein Waldhaus ausgeschenkt, es hat aber geschmeckt wie Waldhaus. Es war wirklich ganz, ganz lecker, mein Hefeweizen. Oder die haben, wie gesagt, die Karte, beziehungsweise das Intro, was ich eben vorgelesen habe, noch nicht überarbeitet, denn da wird ja auf leckeres Fürstenberg hingewiesen. Ja, hier gibt es Tee, eine große Weinkarte, Ziegelhof Sekt, es gibt eine umfangreiche Schnapskarte, verschiedene Longdrinks, Cognacs und vieles mehr. Eine recht umfangreiche Getränkekarte, die sich nochmal in verschiedene Bereiche unterteilt. Und dann kommen wir jetzt zu den Speisekarten und zu dem, was ich eigentlich gegessen habe. Herbstangebote, ausgewählte Gerichte passend zur Saison. Jetzt ist zwar Winter, aber okay, das ist der Gastraum, der sieht wirklich so aus, sehr gemütlich. Wie gesagt, zwar leider ziemlich voll, ansonsten nettes Ambiente. Die Speisekarte geht los mit frischen Salaten. Alle Salate werden mit frischem Baguettebrot serviert und mit Haustressing. Auf Wunsch erhält man auch Essigöl oder Balsamico-Dressing. Bitte sprechen Sie mit dem Service. Geht los mit einem kleinen gemischten Salat der Saison für 5,90. Dann gibt es einen großen gemischten Salat für 8,50. Den Kaisersalat mit Garnelen, Avocado, Speckstreifen und Spiegelei. Fischsalat, Salat Fisch, Salat Pute, Salat Maultasche. Da gibt es einiges an Auswahl. Dann gibt es Suppen, hausgemachte Suppen, ebenfalls mit frischem Baguettebrot serviert. Geht los mit der Fleischsuppe über die Maultaschensuppe bis hin zur Tagessuppe. Es gibt Vorspeisen als Appetitanreger in Form von Miesmuscheln. Zum Beispiel paniertem und frittiertem Weichkäse. Tomate, Mozzarella mit Basilikum. Octopus Salat, angemachte Oliven. Lachs-Tatar mit Wasabi. Ich bin nicht ganz sicher, was daran gut bürgerlich ist, aber okay. Verschiedene Wurstsalate nach Art des Hauses. Schweizer Wurstsalat umlegt mit gemischtem Salat. Habe ich auch noch nie gehört. Für mich ist ein Schweizer Wurstsalat einfach mit Käse. Also sowas hier, klassisch. Gibt es aber auch mit Bratkartoffeln, sehr interessant. Dann gibt es Grillgerichte, neue im Ziegelhof ab 23,90 für zwei Personen. Und dann gibt es Hauptgerichte. Die werden ebenfalls mit frischem Baguettebrot oder mit Beilagen bestellt, die man separat dazu bestellen muss. Da gibt es zum Beispiel ein Putensteak vom Grill, Schweinerückensteak vom Grill, frisches Rumsteak, XXL Rumsteak oder dann die Elefantenohren. Da gibt es zum einen das afrikanische Elefantenohr, ca. 300 Gramm Schnitzel vom Schwein, XXL für 16,50. Oder das indische Elefantenohr. Indische Elefanten sind kleiner, wie jeder weiß hoffentlich, ca. 180 Gramm Schnitzel vom Schwein normal. Und dann gibt es noch einen Seniorenschnitzel, quasi einen Kinderteller für 10,50, klein. Dazu die Beilagen, Pommes oder Butterspätzle, Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speck, kleine Ofenkartoffeln mit Kräuterquark, Mischgemüse, Reis, mediterranes Gemüse, Rahmblatt, Spinat, Waldpilz, Ragout extra, Bratensauce extra, Potato Wedges mit einem feurigen Dip. Das kommt dann also noch dazu zum eigentlichen Fleischgericht und dann gibt es noch neben den Hauptgerichten und den Beilagen gibt es Fleischgerichte. Nochmal als extra Kategorie, Ziegelhof, Cordon Bleu klassisch, 15,50, Cordon Bleu würzig, 16,50, Holzfällersteak, Pfeffersteak, Pliescavica, wie auch immer man das ausspricht. Ich hoffe es war nah dran. Großes mit Weichkäse gefülltes Hackfleischsteak, auch weniger gut bürgerlich meiner Meinung nach. Dann gibt es verschiedene Tellergerichte, Rahngeschnetzel des Züricher Art, von der Pute allerdings, Ofenkartoffel-Knoblauchkrabben mit Kräuterquark, Schrimps und Salat-Bouquet, das badische Filet-Pfennle, das hatte ich, das zeige ich euch später noch, gegrillte Schweine-Medallions auf Pilz-Ragout und Gemüsevariationen dazu, feine Butterspätzle, selbstgemachte Cebap-Chi-Chi mit Pommes und Aiwa-Soße, Zwiebelrostbraten vom Rum-Steak mit Bratkartoffeln oder mit Spätzle und Röstzwiebeln, badisches Leberle vom Rind, geschnetzelt vom Rind mit Zwiebeln und Äpfeln, dazu Bratkartoffeln mit Speck. Ich finde Leberle unfassbar ekelhaft, wenn ich Leber schon rieche, egal von welchem Tier, dann laufe ich davon, aber jeder wie er gerne möchte, nur mir bitte keine Leber servieren. Dann Fischgerichte, gegrillte Lachs-Tranchen in einer Dill-Riesling-Soße mit Rahmblatt, Spinat und Reis, Penne mit Schrimps, in Peperoni-Tomaten-Soße mit Knoblauch und Zwiebeln oder gegrillten Zander oder Dorade mit Salzkartoffeln, Spinat und Knoblauch-Soße. Dann gibt es vegetarisches, das sind genau vier Gerichte, nämlich Kässpätzle, Knocki, Penne oder Rösti und es gibt noch verschiedene Desserts. Das war die Speisekarte und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze in echt aussieht. Das ist jetzt mein badisches Filet-Pfännle, bestehend aus Schweinefilet, verschiedenen Gemüsesorten und Butterspätzle. Das war durchaus solide, man konnte es essen, insgesamt ein gutes Erlebnis der Besuch hier. Ich würde auch jederzeit nochmal kommen, beim nächsten Mal würde ich dann allerdings was anderes essen. Ja, es war halt Schwein und ich habe mich bewusst dafür entschieden, aber das Fleisch selber war vielleicht eine Idee zu trocken und wie gesagt, beim nächsten Mal würde ich dann eher das Rind probieren wollen. So ist übrigens hier die Esskultur, das ist eine kleine Anspielung auf mein letztes Video, das habe ich immer noch nicht ganz verkraftet. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, müsst ihr euch wohl oder übel mein letztes Video in dieser Serie ansehen. So, dann zeige ich euch jetzt noch das afrikanische Elefantenohr mit Pommes und Ketchup. Unter dem Schnitzel verbergen sich nochmal genauso viele Pommes. Übrigens paniert das Ganze. Probiert habe ich es leider nicht. Zum Schluss schauen wir uns noch die sanitären Anlagen an, die barrierefrei sind, beziehungsweise das Sammelsurium, das im Gang steht, wenn wir aufs WC gehen. Sehr interessante Dekoration. Und damit sind wir dann auch durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss. Schönen Abend. Schönen Abend.